hallo und herzlich willkommen zurück zur vergänzten stufe 5 rettende träume nur noch heute und morgen wie gesagt immer mal schön bitte ein like da lassen ein abo ein kommentar wäre auch fein dass die kombination ausprobieren läuft 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 kann natürlich auch den fros hier mitnehmen mit dem frosch haben wir das schon mal erledigt aber da habe ich kein tank dabei wenn man das so machen und der frosch ist ja auch gut in die früher eigentlich mal als leader ne der frosch kann nämlich auch was einfach mega cool sind finde ich mag frischheit voll gern squash squash jetzt gibt es einen kleinen stun auf euch alle bums hält leider nicht lang an nächstes dann bums und drauf und unseren coolen drachen es ist der linke um es ist ja der linke um es ist ja ja der linke um es ist ja einfach ein drache passt schon oder hier kommt klar damit welche drache dazu sagen oder ja ich denke schon jetzt gibt es hier einen kleinen stun für euch alle und auf die andere seite auch mal noch ein stun und dann kommt unser frosch zum einsatz der frosch fertig ist und weil wir heilen hier zwischendrin so jetzt gehen wir gleich mal fully powered mit einem hier in die letzte boss fight stage springen sind problem haben wir halt hier wieder da gibt es halt dann gleich wieder feindliche verstand das ist halt immer so nervig ne und dann nochmals dann so frosch auf alle muss man also erreichen ganz wichtig das war mal zwischendrin mal wieder heilung ne so kurzen stun nochmal kurzen stun auf alle unser magischer drache scheint auf automatikum genau in diesem moment siehste deswegen hab ich gesagt auf automatikum scheinen oh fuck 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 bitte halt durch weil es liegt so kurz noch durchhalten jawohl sehr gut sehr sehr gut ne bis auf automatik kannst du eigentlich immer nix verkehrt machen ne wenn man die gerade oben im gegen chat darüber diskutiert die mit die stage hier schafft oder haben die wo was anderes diskutiert liegt da manchmal so ganz da dran wo zum gegen chat abgehen weil ich spreche die sprache auch nicht so gut ne siehst du den kann man auch hier brauchen der seite auch gut ne habe ich schon gesehen ne habt ihr schon gesehen ja gut dann würde ich sagen dann haben wir dann morgen noch die letzte stage vor uns begrenzte herausforderung und dann können wir hoffentlich unsere traumhexe mal pimpen beziehungsweise ihr habt sie dann bei diese die die vorherigen begrenzten herausforderungen verpasst haben vielen lieben dank wieder fürs reinschauen zuschauen bis morgen zur letzten stage vielen lieben dank tschüss ihr euch